Hallo Veteraner, seid gegrüßt. Kaum hat das Trainingslager in Südafrika begonnen, haben wir auch schon die erste Verpflichtung zu verzeichnen. Ab sofort ist Romano Schmid aus Österreich ein Veteraner. Was ist das für ein Spielertyp? Romano ist ein offensiver Mittelfeldspieler, kommt vom FC Liefering aus der 2. österreichischen Liga, hat dort ganz gut genetzt, traf in 30 Spielen genau neunmal, aber er war vorher auch bei RB Salzburg und Sturm Graz. Das ist einer, der durchaus nach vorne was bringen kann. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir ihn unter Vertrag haben. Er soll aber erst einmal Spielpraxis sammeln, bevorzugt in den Niederlanden. Also ein Klub aus der niederländischen Ehredivisie wäre schon ganz gut für ihn, weil er da wohl seine spielerischen Möglichkeiten weiter verfeinern kann. Also Romano, alles Gute hier in Bremen. Herzlich Willkommen bei uns. Leben sein Grün-Weiß, Leben sein Welle Bremen. Und man sieht sich, ich freue mich jedenfalls sehr, dass er bei uns ist. Ich freue mich schon darauf, ihn bei uns im grün-weißen Trikot spielen zu sehen. Also, und euch auch noch einen schönen Abend. Bis dann, Leben sein Welle Bremen und bis dann, ciao, ciao.